So, das ist ein Bauch. Ich glaube, ich brauche eine Klinge. Geh ab. So, kriegen wir den jetzt unter uns auch noch. Ja. Was sollen wir denn hier? Ah, ein Frühstück. Jetzt ein paar Tropfen starker Säure. Laien erkennen den Unterschied nicht. Ja. 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 Nein, nein, bitte. Liefert mir den Roi des Thunes und ich schenke euch das Leben. Die Katakomben. Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche. Latouche, ich habe euch mehrere Grad zugetraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott! Hilf mir! Ja. Ja. Nein. Nein! Ja. Nein! Ja! 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 Ja. So, Gebiet verlassen. Das ist easy. Wir haben unser Weg ja schon geschafft. Oh, wir haben da oben wieder. Hm, der steht da. Das ist uninteressant. Da steht eine Schatztruhe. Können wir nicht knacken? Sie ist hoch. Ich habe nicht auf Schlösterknacken geskillt. Ah, ich würde sagen... Machst du da? Habt ihr das gesehen? Ja. Okay, fortsetzen. Ah, den Dieb, dann verfolge ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir machen nur eine Mission. Und zwar, wo ist die denn? Mission da. So, mal gucken. Ähm. Da ist es. Ein, ja... eine Mission machen wir noch. Hepp. Äh. Darüber. Schauen wir mal nach vorne... Ich muss erst... ach, äh, ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. Na, kann man auch schnell weg nach unten. Ja, komm her, äh, du hast doch bestimmt was zu verkaufen. Vorratsgegenstände. Giftgas habe ich noch nicht, aber Phantom, Phantom, Phantom. Aber auch für 808, du scheiße. Mit denen soll ich, äh, sparsamer werden. Hab ich... ich habe... Ausrüstung. Waffen, 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 schwer. Ich nehme einhändig. Äh, 1000. So ein Sebel, so eine Keule. Für Ciesel 5000. Und Ding wäre schon gut. Natürlich 5000 auch noch. Hm, was sind wir denn da? Ja, 100 5000 auf jeden Fall. Komm, wir nehmen jetzt mal den Dolch hier. Und als Pistole nehmen wir die. Das ist natürlich Geschwindigkeit höher, aber der Schaden geringer. Ah, der Schaden ist natürlich hier sowas hoch. Hohohoho. Schaden extrem. Na, die ist natürlich heftig hier. Die hier. Äh, Ausstattung. So, da mal ein bisschen gucken. Weil wir hinten ist mal... Oh, da rauf. Prost. So, 28 Schleichen ein bisschen erhöht. So, 28 Schleichen ein bisschen erhöht. Okay, so ein Teil voll. Schleichen ein bisschen mehr. 5000. Äh, sollen wir die mal kaufen? Na, da ist nur das ein bisschen hoch. Ich würde beide Scans killen. Und die hier. Das ist jetzt... Maßgeschneiderter Mitglied. Okay. Sieht aus wie ein Offizier. Wie so ein enger, hautgeschnittener Pulli. Ich hab doch grad bei dir angekauft, Mensch. Haben wir jetzt so ne Jeans an oder was? Entscheiden, ne? Schaut aus wie ne Jeans. Schau mal hier um. Mal die Mission starten. Belohnung Offizierpistole. Nimm wir. Die nehmen wir doch glatt weg. Aber er passt alles an. Das find ich auf jeden Fall geil, wenn du Klamotten wechselst, dass alles angepasst wird. Oh ich, los geht wieder so jetzt. Danne ich sie und das. Und jetzt. Spass los dientes. Oh Jakob, ote. Ichểm so... Schwenst auf den Weg zu ihr in, verdient du denn keine Spiel對啊 asse. Iche habe einen Schnitt eingestellt. Ok, erkunden, Stück finden. Der ist wichtig. Schau mal schnell wegzukommen hier. Die waren so schnell wieder da. Geh nochmal nach oben. Das wollte ich eigentlich nicht, dass ich da Zerwachen am Hals habe. Ich bin nicht so. Du Bremsklotz! Wir finden schon bald ein Gesetz, um euch aufzutragen. Das ist so lehrer an dem Tod, aber wenn ich ihn hier dringe, winselst du! Der hat wieder so eine schwere Waffe. Werte lauter Schützen verfügbar. Jetzt brauchen wir noch einen Luftdackentat. Kommen wir auch. Boah, die Heilung, ne? Ja. Alter. So. Damit wir den schweren Knallkopf hier wegkriegen. Halihop. Verschwunden. Oh mein Gott. Das ist ja ein Massaker. Was haben wir vorne noch? Sabotieren? Oder? Oh mein Gott. Ach, das ist ein Viva. Das ist ein Viva hier. Schau mal fix das nach unten gekommen. Verschwinden. Verräher, du reiger Bastard! Nö. Bleib stehen! Die Bundesk fate. Jaja. Die Bundeskarte.